Fitness mit Marc, Folge 30. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de. Die heutige Folge ist anders. Du hörst ein Interview, das zwei befreundete Lauf- und Ernährungscoaches Daniel und Katrin von bewegt.de mit mir durchgeführt haben. Wenn du also immer schon mal wissen wolltest, auf welche ungewöhnliche Art und Weise ich überhaupt die Begeisterung am Sport gefunden habe, warum Fitnesstraining und Ernährung mich begeistert, eine simple Möglichkeit, wie du dich immer zum Kochen motivieren kannst, warum Gewohnheiten so wichtig sind, damit du dran bleibst und wie du dich an Tagen motivierst, an denen du dachtest, du hättest gar keine Lust gehabt. Dann solltest du jetzt dranbleiben und zuhören. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, Marc, erstmal schön, dass du die Zeit dir genommen hast. Herzlich willkommen bei uns. Ja, holl moin. Also du schreibst, Marc, den Blog Marathonfitness und ich glaube auch, dass wir damals wahrscheinlich auch genau deswegen auf dich aufmerksam geworden sind, weil wir wahrscheinlich Marathon gegoogelt haben oder so. Und dann kam deine Seite, wir haben uns das angeschaut. Aber es ist ja so, dass dieser Name vielleicht so für Leute, die ja zum Asthma auf der Seite sind, gar nicht so das verrät, was da so dahinter steckt. Und deswegen würde ich dich jetzt einfach mal bitten, dass du so zum Start vielleicht einfach mal sagst, wer du bist, was du so machst, was die Leute denn so erwartet, wenn sie auf Marathonfitness vorbeischauen. Ja, gerne. Also nochmal für alle. Ich bin Marc Maslow. Ich bin Fitnesscoach und eben Gründer von Marathonfitness.de. Und ja, das stimmt. Der Marathon ist im Namen. Und das liegt auch daran, dass ich halt jahrelang selbst Marathon gelaufen bin. Also bis genau jetzt vor drei Jahren, auch über über zehn Jahre, 17 Marathons. Das ist halt, Laufen ist auch weiterhin meine Leidenschaft und ich komme eben aus dieser Ecke. Daher kommt der Name. Das, was ich allerdings auf dem Blog mache, ist, ich helfe Menschen dabei, nackt gut auszusehen und den Weg an ihr Ziel auch zu lieben. Also Spaß steht für mich ganz oben. Das Ganze darf Spaß machen. Und ja, von der Ausbildung her bin ich eher Quereinsteiger. Ich bin Diplom-Ingenieur und habe halt damals auch im Studium, war Sport immer so meine Leidenschaft und auch das, was mich, was so ein Ausgleich war, auch nachher im Job. Ich habe als Ingenieur gearbeitet in der Luftfahrtbranche und habe auch im Bekanntenkreis immer auch Menschen dabei geholfen, halt erfolgreich zu werden oder beim Laufen halt voranzukommen und so weiter. Also was Sport angeht. Und das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gebracht. Und dann habe ich damit angefangen mit, also so richtig eigentlich mit 18, 19 so. Und da war halt so das Fitnesstraining, also sprich Krafttraining, Laufen und Ernährung schon immer meine Steckenpferde. Und was ich allerdings auch mag und deswegen hatte ich auch damals Maschinenbau studiert, ist halt der Ansatz, den Ingenieure wählen. Also das, was mich interessiert, sind halt Fakten und Naturgesetze. Und die binde ich eben auch in der Arbeit, die ich jetzt als Fitness-Coach-Tour mit ein. Darauf basieren auch die Tipps, die du auf meinem Blog auf marathonfitness.de findest und in meinem Podcast. Und ja, ich versuche immer da, wo ich es finde, das Ganze auf wissenschaftlichen Artikeln, auf Büchern, die ich gelesen habe und natürlich meine eigenen Erfahrungen zu basieren. Ja, sehr, sehr schön, Marc. Du hast gerade schon gesagt, du bist zehn Jahre lang Marathon gelaufen, hast auch im Studium schon Sport gemacht. Sport und Bewegung scheint ja für dich auch ein ganz wichtiges Thema zu sein. Was bedeutet das denn überhaupt für dich? Ist es jetzt wirklich nur der reine Ausgleich der Sport oder gibt es da noch was drüber hinaus? Ja, Ausgleich ist für mich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Sport bedeutet für mich auch Meditation im gewissen Sinne. Ist auf jeden Fall mehr. Also vielleicht so philosophischer Ansatz ist für mich der eigene Körper, dein Körper, mein Körper ist halt, das ist das, womit du dich ja durch dieses Leben bewegst. Ich finde es halt unglaublich spannend, wenn du dein Verhalten änderst, wenn du zum Beispiel im Training was anders machst, wenn du bei der Ernährung was anders machst, wie schnell dein Körper sich auch verändert und anpasst. Und das hat mich, seitdem ich da auf den Trichter gekommen bin, also eben auch wahrscheinlich später als andere, vielleicht früher als auch andere, also mit 18, 19, hat mich das total fasziniert. Und so ähnlich ist es auch mit dem, was mich am Ingenieursein fasziniert hat. Also ich war ja in einem Luftfahrtkonzern und auch direkt hier in Hamburg am Flughafen saß ich und hab da immer diese Flugflugzeuge starten und landen sehen. Und das fasziniert mich total. Es gibt ja viele Flugzeuge, die sehen niegelnagelneu aus, aber sind eigentlich schon 20, 30, 40 Jahre im Betrieb. Und die Dinger werden halt einfach gepflegt. Also es gibt halt total hohe Sicherheitsstandards auch, also zumindest hier in Deutschland, in Europa. Und die Piloten, die haben halt exakte Kriterien, wo sie gucken, okay, ist das Flugzeug noch in den Schuss oder muss es in die Wartung? Ja, also die kümmern sich halt wirklich gut um ihr Flugzeug und genauso die Ingenieure. Und was ich halt feststelle, ist, dass sich viele Menschen nicht, also auch vielleicht um ihr Auto kümmern, um ihre Wohnung und so weiter, aber sie kümmern sich nicht annähernd so sehr um ihren eigenen Körper. Also um das, was eigentlich in meiner Welt wichtig ist, wenn ich ein Leben leben möchte, das sich zu leben lohnt. Und riskieren dann vielleicht früher oder später auch eine Bruchlandung. Und die Frage, in welchem Gefährt ich durch mein Leben reisen möchte, die habe ich für mich beantwortet. Und deswegen habe ich auch mich beruflich umorientiert, weil ich glaube, dass ich so mehr Menschen helfen kann. Ich finde den Vergleich cool mit dem Flugzeug. Das muss ich mir merken. Also wirklich. Dankeschön. Passt natürlich auch zu deinem Hintergrund. Hast du deine Erklärung dafür, warum das so ist? Also warum viele Menschen, wie du es gesagt hast, sich eher um ihr Auto, um ihren materiellen Besitz kümmern und den pflegen als um ihren eigenen Körper? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Gründe sind wahrscheinlich unterschiedlich. Ich glaube, es sind mehrere Sachen, die eine Rolle spielen. Also einerseits ist es natürlich so, ich meine, ihr kennt das, ich kenne es auch. Es ist ja unglaublich, wie viele Möglichkeiten wir heutzutage haben, unser Leben zu gestalten. Also ich denke, wir leben ja in einer super Zeit, weißt du, du kannst dich mit, so wie wir das machen, du machst einfach dein eigenes Ding, machst ein Business auf, ein Online-Business und kannst auch davon leben und anderen helfen und so. Also ich glaube, es ist total einfach geworden, Träume wahr werden zu lassen. Auf der anderen Seite gibt es aber super viele Möglichkeiten. Also geh allein, geh mal in den Supermarkt rein und guck dir an, wie viele Erdbeermarmeladen es gibt. Also es gibt halt nicht die drei Sorten, sondern es gibt, weiß nicht, wenn ich jetzt zu Edeka gehe, es gibt 30 Sorten. Und dann allein, ja, welche Sorte nehme ich denn jetzt? Alleine damit kannst du ja schon eine Stunde verbringen. Und das ist nur ein minimaler Aspekt, den das Leben ausmacht. Deswegen glaube ich, es ist, den Fokus, den richtigen Fokus zu setzen, ist halt, glaube ich, eine riesen, also eine der größten Herausforderungen. Und es bringt auch total Spaß, wenn du es dann machst und dir überlegst, okay, was möchte ich denn wirklich? Was begeistert mich? Was ist mein Ziel? Und dann fokussierst du dich drauf. Nur ich glaube, die Möglichkeit, sich ablenken zu lassen, ist unglaublich leicht. Und ich glaube, dass das sicher eine Rolle spielt. Früher war vieles einfacher, weil es einfach nicht so viele Möglichkeiten gab. Und weil das Leben sicher auch erfordert hat, sich einfach mehr zu bewegen. Und früher gab es auch nicht diese ganzen Industrienahrungsmittel. Also wenn wir mal an unsere Großeltern denken, gut, was hatten die? Gut, Dosenessen gab es vielleicht schon um 1900 rum. Aber wenn wir nochmal 50 Jahre zurückgegangen sind, dann gab es halt irgendwann nur noch das, was halt die Natur hergegeben hat. Das heißt, Ernährung war vielleicht ein bisschen einfacher. Artgerecht, sage ich jetzt mal. Und Bewegung war eigentlich obligatorisch, weil sonst wurde das Getreide nicht geerntet. Ja, also ich glaube, das hängt alles mit dem heutigen Lifestyle zusammen, was uns eben vor andere Herausforderungen stellt, auch wenn vieles leichter geworden ist. Ja, also ich finde ich auch, also erstens hast du schon ein super Stichwort für uns gegeben mit der Fokussierung. Das ist nämlich unser Thema im nächsten Monat. Zu sagen wirklich, ich finde einfach in meinem Leben oder ich gucke mal, ich mache Teil meiner Aufmerksamkeit oder meine Zeit auf so viele verschiedene Dinge auf. Und einfach mal wieder zu finden, was ist mir wirklich wichtig und wofür will ich meine Zeit, die ich eben habe, auch aufwenden. Und womit verschwende ich sie vielleicht einfach nur? Also deswegen fand ich es schon ganz, ganz interessant, dass du da ähnlich denkst wie wir. Woran ich eben auch denken musste, wenn du jetzt so sagst, schau dir an, wie die Leute früher gelebt haben. Ich weiß aber, weil ich deinen Blog auch sehr aufmerksam verfolge, dass du ja auch dich immer wieder auch mal mit dem Thema so, wo kommen wir her, evolutionär etc. beschäftigst. Also je mehr ich drüber nachdenke selbst, denke ich auch, dass es so ist, der Mensch ist auch so ein bisschen darauf angelegt, natürlich Erholung zu suchen oder Erholungsphasen, weil wir die früher eben nur selten hatten. Und dann war es eben auch so, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, uns mal hinzulegen oder uns den Bauch vollzuschlagen oder uns gut gehen zu lassen, dann haben wir es gemacht, einfach um unsere Energie aufzuladen, wieder bereit zu sein für die nächste, ja, also fürs Überleben sozusagen. Und dass es heute eben durch dieses Umfeld, was jetzt auf einmal da ist in unserer Gesellschaft, so ein bisschen eine gegenteilige Wirkung hat. Nämlich wir haben immer die Möglichkeit, uns auszuruhen, uns gemütlich zu machen, uns den Bauch vollzuschlagen. Und tun es eben auch, ja. Das, was früher einfach so ein Instinkt vielleicht war, okay, jetzt fahr zurück, spar dir die Energie auf, führt heute dazu, dass es einfach unser Lifestyle geworden ist. Das war so eine Überlegung, die ich da eben hatte, wo du einfach darauf hingewiesen hast, wie es damals einfach für uns anders, ganz anders ausgesehen hat als heute. Ja, das ist dieser Punkt, sofortige Bedürfnisbefriedigung. Und da sind wir alle drauf programmiert. Also allein dieses, ich meine, ich liebe Süßigkeiten, ja, und ich liebe, also ich liebe diese ganzen Dinge, die alle Menschen, also in meiner Welt die meisten Menschen lieben. Nur wenn ich die jeden Tag essen würde, dann würde ich mich eher von meinem Ziel entfernen, so. Und ich glaube, das ist bei allen von uns so und die, also die Industrie weiß das halt auch, ne. Also ein Freund von mir, der arbeitet bei einem dieser großen Konzerne und die haben halt eine Abteilung, wo sie wirklich Ingenieure sitzen haben oder auch so Leute, die halt genau gucken, okay, wie designe ich dieses Lebensmittel, damit es möglichst hohe Belohnungen auslöst bei dem, der es ist. Und das ist ja ein schönes Gefühl, wenn du das dann isst und dann Glücksempfinden und so. Also Schokolade macht glücklich ja auch, wobei Schokolade ist jetzt auch, sagt man ja, ist eher sehr gesund, gerade wenn man jetzt dunkle Schokolade nimmt. Aber so dieser Gedanke, okay, wie fühle ich mich denn zwei Stunden später oder also dieses längerfristige Denken, das ist halt total wichtig. Und das ist, denke ich, auch eine Fähigkeit, die wir oder viele auch erst entwickeln dürfen. Unbedingt. Und wenn wir jetzt gerade so beim Längerfristigen sind, Thema Sport. Ja, weil das ist da, hast du ja auch die Philosophie, es bringt ja auch nichts, nur kurzfristig was zu machen und solche Veränderungen. Das dauert einfach auch immer. Wie ist es denn bei dir? Wie sieht denn bei dir so ein ganz, ganz typischer Trainingstag oder eine typische Trainingswoche aus? Ich nehme mal an, dass du fast jeden Tag Sport machst, so wie es bei uns ist. Wie sieht das bei dir aus? Ja, Sport ist tatsächlich oder ich sage mal so, Bewegung ist für mich also ein täglicher Begleiter. Ist mir auch total wichtig, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich mich nicht bewege. Und ich meine auch wirklich, dass erst mal so mit Bewegung, das heißt für mich auch spazieren gehen oder einfach am Tag möglichst viele Dinge, die ich ohnehin erledigen möchte, sage ich mal auf Oldschool-Methode zu erledigen, also sprich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. So habe ich auch meinen Lebensraum hier ausgelegt oder wohne halt in Hamburg in der Innenstadt. Ich kann hier auch viel zu Fuß machen einfach und das tue ich auch, weil ich nun auch, wenn ich Texte schreibe oder auch Podcasts aufnehme und so weiter, dann sitze ich halt am Schreibtisch. So und das kann auch mal ein ganzer Tag sein. So insofern denke ich, geht es mir da ähnlich wie vielen auch jetzt der Zuhörer oder auch vielen der Leser von eurer Seite oder meiner Seite. Und der andere Punkt ist halt Training. So und das ist für mich im Moment ist mein Fokus auf ein Krafttraining. Ich habe bis vor knapp so drei, vier Jahren auch Krafttraining gemacht, aber hatte einen Fokus auf Marathon-Training und habe das jetzt halt geswitcht und einfach neue Prioritäten gesetzt. Das heißt, das, was ich wirklich als Training verstehe, ist das, wo ich gezielgerichtet mit einem Plan trainiere und auch das Ziel habe, besser zu werden. Also in dem Fall eben stärker zu werden oder auch bestimmte Körperpartien noch mehr zu trainieren. So und das mache ich ungefähr, also Krafttraining mache ich so fünf bis sechs Mal die Woche, wobei ich dann jeweils immer zwischen 30 und 60 Minuten trainiere. Ich schreibe darüber eigentlich nicht so viel, weil ich glaube, das Training ist halt wirklich sehr individuell. Also es kommt immer sehr auf die Ziele an, die du verfolgst. Und ich möchte halt nicht, dass jemand sieht, oh Marc trainiert aber fünf bis sechs Tage die Woche, also muss ich das jetzt auch machen. Also das kann halt auch nach hinten losgehen. Und für mich ist auch ganz wichtig und das durfte ich erst lernen, ist auf meinen Körper zu hören. Also ich bin in den Jahren, wo ich Marathon trainiert habe, bin ich ein paar Mal, zweimal übers Ziel herausgeschossen, wo ich dann auch wirklich im Übertraining gelandet bin. Und das waren eigentlich die beiden einzigen Male, wo ich auch wirklich mich selbst gewundert habe, dass sie den Spaß am Sport verloren haben. Deswegen da, das sei immer dann gerne noch dazu, weil die richtige Dosis ist halt immer die, mit der du glücklich bist, mit der du Fortschritte machst und auch was in dein Leben reinpasst. Und ich glaube, dass halt mit dreimal Krafttraining die Woche schon sehr gute Fortschritte möglich sind. Und drumherum habe ich halt da noch Bewegungen. Das ist für, Laufen ist für mich im Moment, also Zielsetzung, die ich beim Laufen habe, ist einfach nur Meditation. Wenn ich Bock drauf habe, gehe ich laufen. Ich nutze das auch häufig, um mich mit Freunden zu treffen, die eben auch laufen. Dann verabreden wir uns und drehen eine Runde um die Alster im relativ lockeren Tempo. Also das, was halt Marathonläufer eher so, was ihr dann eher auf dem langen Lauf macht. Das ist im Moment eher mein Lauftempo. Und wenn ich keine Lust habe, laufen zu gehen, weil es für mich eben im Moment auch kein Training ist, dann gehe ich auch mal 30 Minuten spazieren oder so. Und telefoniere mit Freunden oder Familie, höre einen Podcast oder genieße einfach die Natur. Also was den Ausdauerpart angeht, bin ich sehr entspannt im Moment. Und was den Krafttrainingpart angeht, habe ich halt klare Ziele. Und da brenne ich halt auch richtig für. Es hört sich aber sehr gesund an, also dass du einfach auf deinen Körper hörst und schaust, wonach dir ist und dich zu nichts zwingst. Das finde ich sehr gut. Aber trotzdem würde mich interessieren. Also bei uns Läufern ist es ja so, sowas wie Stretching ist für viele eine Pflicht oder Lauf-ABC. Oder Krafttraining. Oder Krafttraining, ja. Das ist bei uns ja so ein bisschen anders. Gibt es denn auch bei dir was, was für dich irgendwie lästig ist, wo du sagst, du weißt, du musst es machen, aber an sich hast du da gar nicht so große Lust drauf? Oder ist dein Training oder dein Bewegungsalltag davon vollkommen frei? Das ist eine gute Frage. Ich habe das jetzt eigentlich nicht mehr. Ich mache tatsächlich, also was das Training angeht, bringt mir das Training total Spaß. Also ich habe da fast immer, freue ich mich da richtig drauf. Was vielleicht lästig ist, ist manchmal dieses im Winter, oh es ist dunkel und draußen ist kalt und so, was wahrscheinlich jeder kennt, der auch vielleicht nur zum Supermarkt will und einkaufen gehen. Aber wenn ich erstmal aus der Tür raus bin, dann hält mich da nichts mehr auf. Beziehungsweise wenn ich merke, das ist bei mir so, wenn ich merke, ich habe irgendwie keine Lust heute, dann ist das für mich ein Zeichen, dass meine Körperregeneration braucht. Das ist für mich so ein Anzeichen. Weil ich, sonst habe ich eigentlich immer Bock zu trainieren. Ich hatte es ein bisschen anders, als ich noch Marathon gelaufen bin. Also gerade als ich meine Bestzeit gelaufen habe, da habe ich sehr hart trainiert und da habe ich tatsächlich manchmal im Training, da waren dann so Sachen, irgendwie hatte ich auf dem Plan wie 17 Kilometer Tempolauf. Und da hatte ich vorher schon, dachte ich so, oh Gott, nach zwei Kilometern, dachte ich schon so, ey, das hältst du nie 17 durch. Ging dann doch irgendwie, aber das war schon relativ hart. Da bin ich auch zwischendurch mal, musste ich zwei Wochen zurückschalten, weil ich da tatsächlich im Übertraining war. So, aber beim Training läuft es ganz gut. Ich habe tatsächlich einen Bereich, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich, was für mich immer ein bisschen lästig ist. Und das gehört für mich aber genauso auch zum Training im Prinzip dazu. Das ist halt beim Essen, beziehungsweise ich koche einfach nicht so gerne. Also ich esse gerne und ich freue mich auch immer auf die Dinge, die ich dann gekocht habe. Und ich koche auch täglich. Aber das ist für mich so das notwendige Übel. Und wenn ich dann daran denke, okay, wenn ich jetzt nicht koche und mir stattdessen irgendwie eine Pita vom Pietermann hole, mache ich auch manchmal. Aber das ist einfach nicht das Gleiche. Also wenn ich mir selbst mit frischem Gemüse und weiß nicht, ich koche halt gerne auch mit Kokosöl und so, das zubereite und ich mache halt da relativ einfache Gerichte, dann schmeckt das einfach. Und man kann sich auch in 10 bis 15 Minuten was super Leckeres kochen. Aber das ist dann doch immer so ein bisschen dieses, wo ich dann eher an das Ziel auch denke beim Kochen. Also das, was ich danach essen darf, als die Zubereitung selbst. Und mich würde tatsächlich mal interessieren, falls ihr gerne kocht, wie macht ihr es, dass ihr gerne kocht? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, bevor wir uns kennengelernt haben, Daniel und ich, als wir alleine gewohnt haben, da war es ähnlich wie bei dir. Es war echt eine lästige Pflicht. Und gerade für ich, für meinen Teil muss ich sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt sehr wenig Gemüse gegessen. Also es war eher was Besonderes. Und ich habe mich echt oft tagelang von Spaghetti mit Fertigpesto ernährt. Das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Und wenn du dabei, also bei uns ist es so, das ist bei uns, ja, dadurch, dass wir das zu zweit machen und der eine schnippelt gerade die Zwiebeln, der andere macht schon mal die Pfanne an und so, ist es einfach auch ein Teil vom Zusammenleben. Und das macht es vieles einfacher. Wir kochen auch mittlerweile nicht immer zusammen. Es gibt dann, man wechselt sich dann auch einfach so ein bisschen ab und sagt, okay, der eine macht jetzt, arbeitet jetzt noch ein bisschen und der andere kocht. Aber zum großen Teil probieren wir schon, das hinzukriegen, zu zweit zu kochen, weil es einfach dann mehr Spaß macht. Und dann auch für uns ein ganz wichtiger Punkt, zu zweit zu essen, macht auch mehr Spaß. Also wenn einer von uns beiden mal weg ist und der andere alleine ist, also mir geht es dann so, ich mache dann halt zwei große Smoothies am Abend oder so. Genau, also genau, die Antwort ist, glaube ich, wirklich, es ist vieles leichter, wenn man es zusammen macht. Also wir reden ja auch viel und immer wieder über Gewohnheiten und du ja auch. Und genauso ist es, glaube ich, in dem Fall auch. Also es ist einfach irgendwie zu einer Gewohnheit geworden, dieses Kochen für uns. Und wenn man dann eben so, wie Katrin so gesagt hat, aus dieser Gewohnheit rausgerissen wird, weil die Umstände sich verändern, weil jemand, weil man alleine ist, weil ja der andere irgendwie unterwegs ist oder ein paar Tage in einer anderen Stadt ist. Ich kann mich super schwer aufraffen, an diesen Tagen zu kochen. Ja, und ich verstehe es gar nicht, weil, wie gesagt, im Normalfall ist das wirklich so, ja super, jetzt kochen wir was. Und ich kann es deswegen super gut nachvollziehen, wenn Leute da große Probleme mit haben, diese Motivation aufzubringen, sich gesunde Gerichte selbst zuzubereiten, wenn sie alleine sind. Ja, aber da so eine Patentlösung kenne ich auch nicht. Also finde einen Partner, der mit dir zusammen kocht. Ja, aber das ist natürlich manchmal auch nicht so leicht. Aber das ist es. Das ist die Antwort. Stimmt. Ja, jetzt folge ich das. Ne? Das ist, auch wenn ich mit meiner Freundin zusammen koche, dann habe ich dieses Thema überhaupt nicht. Und ich habe mal tatsächlich darauf geachtet, wenn ich nicht koche, dauert es in der Regel genauso lange. Also das ist eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, also wenn man sich was Einfaches kocht, das geht ja in der Regel auch sehr schnell. Aber interessant, dass ich nicht der Einzige bin, der das Thema hat. Vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses Thema Altruismus und so. Also ich koche jetzt nicht nur für mich so, dann gebe ich mir irgendwie auch nicht so viel Mühe, habe ich manchmal das Gefühl. Sondern ich weiß, okay, ich möchte jetzt einfach ein gutes Essen zubereiten, auch um dem anderen Gefallen zu tun. Oder dass es uns beiden schmeckt. Also es sind wahrscheinlich viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber es hat sich tatsächlich dramatisch verändert in dem Moment, als wir zusammengezogen sind. Und ich muss aber auch sagen, in dem Moment, als wir uns mit der veganen Ernährung auseinandergesetzt haben, unsere Ernährung verändert haben, ganz klar, das ist einfach für uns so eine neue Welt gewesen, die man da entdeckt. Und es ist plötzlich dann alles ganz aufregend und alles ganz neu. Man probiert viel Neues aus. Ich denke, das ist auch ganz allgemein ein Thema, wenn man so eine Routine einkehrt irgendwie. Man hat immer seine fünf gleichen Gerichte. Und wenn man dann sieht, oh, da ist eine ganz neue Welt, die ich entdecken kann. Das gilt jetzt nicht nur für die Ernährung, im Sport, sonst wo. Dann ist so dieser, wir haben ja irgendwie alle so diesen Trieb in uns, die Neugierde. Ja, so ausprobieren, spielen, experimentieren, entdecken. Und das ist, glaube ich, auch so. Und das hat auch für uns noch nicht aufgehört. Also das ist halt in dieser veganen Szene ist das halt schon sehr extrem. Man tauscht sich extrem über Essen aus und auch immer wieder neue Zutaten und Zubereitungsarten und Möglichkeiten. Ich glaube, da werden wir in fünf Jahren, in zehn Jahren noch immer so dieses, oh, guck mal, was der da gemacht hat. Das muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist definitiv ein Effekt, den wir durch diese Ernährungsumstellung hatten, der da auch eine Rolle spielt. Ja. Ja, total spannend. Ja, ich lese eine australische Bloggerin, Jules Clancy heißt sie, die hat so ein Konzept, total simpel. Fünf Zutaten nimmt sie in, ich glaube, in fast allen Gerichten gibt es nur fünf Zutaten. Also sie sind auch ganz häufig sehr schnell zubereitet. Die denkt auch an die Vegetarier und Veganer übrigens, vielleicht auch mal ein Tipp. Die Seite heißt thestonesoup.com. Das habe ich schon gehört. Ja, die ist echt super und die fotografiert auch spitzenmäßig. Und manchmal sehe ich da Rezepte und denke so, wow, da habe ich jetzt Bock drauf, das zuzubereiten. Und dann ist es nämlich, dann ist es genau diese Neugier und diese Vorfreude, auch wenn du die Zutaten schon einkaufst und so weiter, wo das, du freust dich halt schon drauf. Und das ist auch cool, ja. Ja, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber das ist, finde ich, super, weil gerade, wo du es gesagt hast, dieses Thema mit fünf Zutaten kochen, das ist ja auch so, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Das habe ich auch irgendwo schon mal gelesen, so ein psychologischer Ansatz. Also wenn wir eine eingeschränkte Auswahl haben, dann fällt es uns viel leichter, Entscheidungen zu treffen auch. Und das ist vielleicht so, es fällt uns vielleicht einfacher, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt ein Gericht, was wir uns aus fünf Zutaten zubereiten. Also sagen, okay, wir haben alle Möglichkeiten der Welt, uns ein Gericht zuzubereiten. Oh Gott, wie kompliziert, dann lassen wir es lieber gleich bleiben, ja. Also es ist ein interessanter Ansatz, finde ich. So, aber versuchen wir wieder so ein bisschen zurückzukommen zum Thema Sport. Also meine nächste Frage haben wir vorhin schon so halb beantwortet. Die wären nämlich gewesen, ob du denn auch so Momente hast, dass du gar keine Lust zum Training hast, weil es ist ja natürlich so, du und auch wir, für uns ist dieses Sportthema schon, das merken wir jetzt auch, wenn wir uns jetzt mit dir unterhalten, wie du darüber sprichst, das ist eine totale Gewohnheit geworden. Es gehört total fest zu deinem Leben, genauso wie es zu unserem Leben gehört. Und es ist aber nun mal so, dass viele unserer Leser, auch der Mitglieder im Bewegungsprogramm und auch deiner Leser natürlich, die sind eben noch nicht an dem Punkt. Also und da kann es natürlich auch abschrecken, wenn ich die ganze Zeit nur von Leuten höre, die überhaupt kein Problem haben, sich zum Sport aufzuraffen, so, denen der Sport immer Spaß macht, weil irgendwie, man ist halt nicht von Anfang an diesen Punkt. Vielleicht wäre es jetzt so ganz interessant, wenn du mal drüber nachdenkst, so, was glaubst du, was muss man tun, um an diesen Punkt zu kommen, dass es so ist? Also, wenn du vielleicht nochmal so in deine eigene sportliche Historie reinschaust, wie bist du da hingekommen, was ist passiert, dass der Sport so ein zentraler Teil in deinem Leben geworden ist, dass du dich gar nicht mehr groß da aufraffen musst heutzutage, um das zu machen, sondern dass es einfach eine Gewohnheit für dich geworden ist? Ja, das ist tatsächlich eine, also eine echte Gewohnheit geworden, die ich auch nicht missen möchte. Deswegen pflege ich sie auch. Also, wenn du eine Gewohnheit hast, kostet dich wenig Aufwand, diese Gewohnheit weiter zu pflegen, wie Zähneputzen. So, da denkst du halt morgens ja auch nicht drüber nach, ob du es machst, weil du es einfach immer machst. Während als kleines Kind, ne, hat meine Mutter mir das erstmal beigebracht, so, und dann wollte ich immer nicht. So ähnlich war das bei mir auch beim Sport. Also, ich bin auf einem, finde ich, eher ungewöhnlichen Weg zu meinen beiden Leidenschaften gekommen, also zum Kraft- und Ausdauersport. Ich habe in meiner Jugend, also damals in der Schule und auch, ich war in diversen Sportvereinen, also ich komme aus Kiel gebürtig, da oben in Kiel, ausprobiert. Also, ich habe Tennis gespielt, ja, relativ lange. Es hat mir auch Spaß gemacht, aber nicht annähernd so, wie jetzt eben Kraft- und Ausdauersport. Dann habe ich zwischendurch mal Basketball ausprobiert, Judo und so weiter. Aber nichts davon hat mich wirklich so doll begeistert. Das Kuriose ist, ich habe damals Laufen echt gehasst wie die Pest. Also, der Gedanke jetzt, mehr als die 3000 Meter, die wir bei den Bundesjugendspielen laufen mussten, laufen zu müssen, und da bin ich immer schon gestorben, das war für mich total unerträglich. Also, ich glaube, ich bin auch nicht der geborene Marathonläufer, aber ich habe tatsächlich, also, dieses Feuer durfte erst entfacht werden, so, und ich bin heilfroh. Ich weiß gar nicht, für mich war das so ein einschneidendes Ereignis in meinem Leben, das mich mehr oder weniger per Zufall dazu gebracht hat und wo ich auch trainieren musste. Und das war halt, ich habe mit, also, als ich Abi gemacht habe, habe ich überlegt, okay, wie geht es jetzt weiter? Machst du Zivi, gehst du zum Bund? Und ich hatte über einen Freund gehört, dass man auch Offizierlaufbahnen machen kann für zwei Jahre. Also, so Reserveoffizieren nennt sich das. Ist jetzt nicht wichtig, auf jeden Fall dachte ich so, ach komm, das wäre doch cool. Da hast du auch, wurde mir immer gesagt, du wirst auch körperlich an deine Grenzen geführt und so, und merkst mal, wie das so ist. So, und da dachte ich, hey, das fasziniert mich schon, mal zu gucken, wie das so ist, körperlich an die Grenzen. Wo ist die Grenze so? Das ist auch so ein bisschen der Punkt, der mich am Training immer fasziniert hat. Wo ist die Grenze, ja? Und was passiert, wenn du an deine Grenze kommst? So, und dann musste ich dafür eine Aufnahmeprüfung halt trainieren. Also, ich musste einerseits irgendwie das Sportabzeichen machen. Da musste man, ich weiß nicht, müsste ich nochmal nachgucken. Ich glaube, mit 18, 19 sind das irgendwie 13 Minuten oder 12, 30 oder sowas auf 3000 Meter laufen. Und ich bin damals, glaube ich, 15, also wenn ich schnell war, irgendwie 15 Minuten gelaufen oder so. Und dann halt mit hochrufem Kopf und so weiter. Und ich habe halt Liegestütze trainiert. Und das war eigentlich so, da habe ich mit angefangen. Und ich hatte, also einmal bei den Liegestützen, weißt du, noch habe ich, glaube ich, irgendwie fünf Stück am Anfang geschafft oder so. Oder echt auch noch weniger. Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall war es nicht so viel jetzt. Und habe dann einfach mal versucht, ich hatte ja von nichts, also ich habe mir auch keine Bücher gekauft oder so. Ich habe einfach versucht, jeden Tag ein Liegestützen mehr oder so. Und das hat funktioniert. Also ich habe halt irgendwie in den ersten Wochen, also ich war super schnell auf 20 und 30 so. Und nachher halt auch noch drüber hinaus. Also es ging total schnell, dass ich da Fortschritte gemacht habe. Und auch beim Laufen habe ich das so gemacht, eine Freundin von mir damals, die hat Sport studiert. Und die hat mich im Prinzip gecoacht. Die sagte so, ach komm, ich muss auch hier trainieren für mein Studium. Lass doch zusammen laufen gehen. Und da meinte ich, ja cool. Und dann sind wir halt in Kieler Umland, haben wir da die schönen, also richtig schöne Schwentine. Wer da mal in Kiel ist, Schwentinetal ist ein total schönes Laufrevier. Und da sind wir, Naturschutzgebiet und so, richtig, richtig schön. Und da sind wir halt über die Feldwege gelaufen. Und es hat dann nur ein paar Wochen gedauert, wo sich so das Blatt gewendet hat. Also wo ich von, ich sterbe hier gleich, hin zu Glücksgefühle und zu, boah, das will ich morgen oder übermorgen nochmal machen. Also wäre ich nicht diesen Weg gegangen und hätte nicht diese, und es waren tatsächlich eher Wochen, wäre ich die nicht dran geblieben. Und ich bin eigentlich nur dran geblieben, weil ich dieses Ziel hatte, das ich ja erreichen wollte. Und ich, also für mich war das indiskutabel. Also ich dachte mir, hey, andere haben auch dieses Sportabzeichen geschafft. Das haben mir auch andere auch gesagt. Die sagten, ja, ich war auch total schlecht im Laufen, aber das kriegst du schon hin. Und dann dachte ich, okay, das kriege ich hin. Und auf einmal dachte ich so, oh, das bringt ja auch Spaß. Das ist ja der Hammer. Und ja, und dann bin ich dran geblieben. So, weil ich meine, es ist nun mal so, wenn du jetzt läufst oder auch beim Krafttraining ist auch ähnlich, wenn du dann mal irgendwie ein paar Wochen nichts machst. Das merkst du natürlich sofort. Der Körper passt sich halt schnell an. Du kommst zwar auch schnell wieder dahin, wo du vorher warst, aber da hatte ich halt nie so Lust drauf. Ich dachte so, hey, nee, ich will gerne mein Fitnesslevel erhalten. Und ich bin, und es hat mir halt total Spaß gebracht auch. Und deswegen, seitdem bin ich dran geblieben. Also seitdem laufe ich und mache Krafttraining. Okay. Habe ich die Frage jetzt beantwortet oder war noch irgendwas? Die hast du, glaube ich, beantwortet. Also ich glaube, so Stichpunkt ist auch Ziel, oder? Ziele. Ja, total. Also das ist auch der Punkt. Stimmt, du hattest auch noch gefragt, was ist so, ja, wenn mal die Motivation weg ist. Und das ist immer für mich so ein Zeichen, wo ich dann hergehen darf und gucken, was ist eigentlich dein Ziel und begeistert dich das noch? Und das ist auch eine Frage, die ich dann als erstes im Coaching stellen würde, wäre, okay, denk mal an dein Ziel. Warum gehst du laufen? Warum gehst du ins Fitnessstudio oder machst Bodyweight Training oder was auch immer? Was ist das, was du dadurch erreichen willst? Und stell dir vor, du hast dieses Ziel erreicht. So hast du ein Bild vor Augen. Wie sieht das aus, wenn du es erreicht hast? Wie zum Beispiel jetzt beim Laufen. Stell dir vor, du läufst über die Ziellinie in der Zeit, die du dir vorgenommen hast. Oder was auch immer dein Ziel ist. Und stell dir vor, du bist in dieser Situation. Das Schöne ist ja, dass unser Gehirn, wir können ja diesen Ganzen, das, was wir erreichen wollen, das können wir ja jetzt schon empfinden. Wenn du an das denkst, was du dir vorgenommen hast und dir vorstellst, du hast das jetzt schon erreicht, dann fühlst du das jetzt auch schon. Und dann merkst du halt, okay, begeistert dich das. Und ich hatte irgendwann eben vor ein paar Jahren auch den Punkt, wo ich, wo mich dieses Ziel, ich laufe jetzt nochmal ein paar Minuten schneller Marathon als vorher, habe ich einfach für mich gemerkt so, nö, das ist es irgendwie nicht. Also ich kann dir auch nicht sagen, warum, aber es war einfach so, dass mich der Punkt jetzt nochmal ein paar Minuten aus meiner Bestzeit rauszuholen, hat mich einfach nicht mehr so begeistert. Vorher war es anders, da fand ich es total so, oh, das will ich jetzt. Sondern dann dachte ich, okay, dann setze ich mir jetzt ein anderes Ziel. Und das war es halt, dann habe ich gesagt, okay, dann gebe ich jetzt dem Krafttraining Vollgas. Und das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wird ja, das wächst. Also es ist einer meiner Mantren so, das, wo du deine Aufmerksamkeit drauf richtest, das wächst. Und deswegen finde ich, ist eine gute Idee, halt auch da wieder Fokus, dich auf dein Ziel zu fokussieren und da dann deine Aufmerksamkeit drauf zu richten. Und das war dann total cool, sobald ich diese Entscheidung getroffen hatte, dass ich, da ging es halt relativ schnell, dass ich im Krafttraining auch echt total motivierende Fortschritte gemacht habe. Und das war halt ein Ziel, was mich sehr begeistert hat. Und das ist immer der Punkt. Also wenn du feststellst, okay, Motivation fehlt so ein bisschen, kommt die Motivation, wenn du an das Ziel denkst. Weil ich glaube, ein zweiter Punkt ist, dass viele Menschen auch an den Prozess denken und nicht an das Ziel. Also wie zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, ich trinke gerne einen guten Espresso. So eine meiner Leidenschaften ist halt so Kaffeekultur. Blogge ich jetzt nicht drüber, aber ich mag es halt gerne so. Eine Idee, oder? Ja, und ich habe halt diesen Siebträger, also ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt, kennt bestimmt jeder diese Siebträgermaschinen, diese italienischen. Das ist halt ziemlich aufwendig, damit ein Espresso zuzubereiten. Aber ich mache das halt immer nicht, weil mir die Zubereitung besonders viel Spaß bringt. Aber das, was danach, das Getränk, wenn du so ein Espresso hast mit richtig schöner Crema drauf, das ist cool. Aber wenn ich daran denken würde, ich mache jetzt die Maschine an und dann, oh, Wasser ist leer. Oh, ich muss die Maschine noch entkalken. Oh, die Espresso-Tasse muss noch gewaschen werden. So, dann habe ich halt auf einmal keinen Bock mehr drauf. So, und ich glaube, das ist halt eine gute Möglichkeit, sich, also die Motivation zu nehmen, ist halt an all das zu denken, was vielleicht nicht so toll ist, was aber notwendig ist, um dorthin zu kommen. Das ist auch so ein bisschen wieder das Thema Belohnung, ne? Also, du denkst nicht an das, was du machen musst, sondern du denkst an das, was später bei rumkommt und warum du das machst. Und du wirst, egal, ob du die Maschine entkalken musst und was auch immer, du wirst einfach mit einem leckeren Espresso belohnt. Und darum machst du das. Mit einem leckeren Zieleinlauf. Katrin startet schon mit den Hufen gleich für die letzte Frage, aber ich habe mir gerade noch was eingefallen, wo man vielleicht so wirklich so eine Formel, eine kleine Formel draus machen kann. Einmal sagst du, das Ziel ist ganz wichtig, bin ich absolut deiner Meinung. Und du hast vorhin so in einem Nebensatz was gesagt, was vielleicht einfach der zweite Faktor noch ist. Du hast gesagt, wenn du mal keine Lust hast, aber meistens, wenn du dann einfach den Fuß vor die Tür setzt, ist es doch toll. Ja, und das ist auch was, was wir auch immer wieder feststellen. Einfach so diesen ersten Schritt machen, ja? Also einfach vor die Tür gehen oder einfach die Sportsachen anziehen, die Tasche packen. Und vielleicht sind es diese beiden Dinge, ja? Also zum einen dieses Ziel vor Augen haben, zu wissen, warum will ich das machen? Und zum anderen dann einfach auch in dem Moment, wo die Motivation vielleicht nicht da ist, zu sagen, so zack, ich ziehe mich jetzt um. Ich denke jetzt gar nicht nach, sondern ich gehe raus und ich weiß, wenn ich den ersten Schritt gemacht habe, dann läuft's. Ja, total. Und dabei entspannt zu bleiben. Ich denke jetzt gerade, genau so habe ich das bei mir immer gemacht, wenn ich auf die langen Läufe gegangen bin. 30, 35 Kilometer, das war für mich, also auch in den nachher, nach Jahren Erfahrung war es immer wieder ein Angang. Und ich habe mir jedes Mal, wenn ich rausgegangen bin, so hat das bei mir sehr gut funktioniert. Ich bin entspannt geblieben und habe mir gesagt, okay, selbst wenn ich vorher keine Lust hatte oder dachte, heute fühle ich mich nicht so fit oder so. Manchmal ist es ja so, dass auf den ersten Kilometern das alles von dir abfällt. Weißt du, du läufst zehn Minuten und auf einmal läuft's. Dann rollt es so und dann merkst du so, ey, jetzt könnte ich ja stundenlang machen. Und deswegen habe ich mir immer gesagt, selbst wenn ich nicht ganz, wenn ich dachte so, ah, vielleicht brauche ich noch Regeneration beim Laufen. Ich laufe jetzt nur mal zehn Minuten. So und wenn ich mich da nicht gut fühle, dann kann ich ja wieder, dann gehe ich wieder nach Haus. Also wirklich so diese Hürde möglichst klein machen. Also ich hatte in den Jahren tatsächlich mal ein oder zweimal oder ab und zu habe ich es tatsächlich gemacht, bin ich nach Haus, habe gemerkt, so, ah, nee, heute ist besser, wenn ich mich heute schone. In über, weiß ich nicht, 95, 96 Prozent der Fälle war es halt so, dass ich irgendwie nach zehn Minuten dachte, oh, geil, dass ich noch los bin. Das ist aber gut. Das ist echt ein guter Trick mit den, wir sagen ja auch immer einfach Schuhe anziehen und rausgehen. Aber wenn man sich von vornherein nur sagt, ich will nur zehn Minuten laufen und gucken, was dann passiert, das ist... Man muss sich manchmal selbst austricksen. Ja, das müssen wir uns merken. Das werden wir eventuell auch mal anwenden und weitergeben. Marc, du hast ja gerade schon gesagt, der Punkt, man muss sich immer das Ziel vor Augen führen und immer verdeutlichen, wo will ich eigentlich hin, warum mache ich das? Wenn du jetzt gerade auch bei dir im Coaching Leute hast, die so ein bisschen feststecken in ihrem Training und einfach, die haben ihr Ziel, die wissen, wo sie hinwollen, die machen was dafür regelmäßig, so wie du es ihnen vorgibst oder das, was sie machen wollen, aber sie kommen einfach nicht weiter. Und sie sehen einfach keine Erfolge, egal, ob es ums Gewicht geht, ob es um die Form geht, ob es um irgendwelche Zeiten geht. Was sagst du diesen Leuten? Was empfiehlst du diesen Leuten? Hast du da so einen, ja, hast du da einfach einen Tipp? Ja, die Frage ist gut. Also ich, es kommt wirklich, und die Antwort ist so ein bisschen unbefriedigend vielleicht, ich würde halt sagen, es kommt wirklich drauf an, weil die Frage ist ja, woran liegt es? So, es kann halt, ich definiere das halt immer als Markformel, und zwar, es gibt in meinen Augen vier Elemente, an denen es liegen kann, das eine ist halt Motivation, dafür steht das M für, oder mentales Training, sprich, das sind halt so diese Themen, begeistert dich das Ziel, kann ja auch der Grund sein, ne? Also es gibt ja Menschen, die trainieren regelmäßig, ohne Begeisterung, so, und machen das alles, aber weil einfach dieser Drive fehlt, vielleicht ist das der Grund, weswegen sie keine Fortschritte machen. Es kann aber auch sein, A, stelle ich für ausgewogene Ernährung, es kann auch sein, dass vielleicht bei der Ernährung was nicht passt, das ist gerade beim Thema nackt gut aussehen, ist halt Ernährung extrem wichtig, und ich denke auch, wer halt ein bisschen ambitionierter läuft, darf auch immer mehr drauf achten, dass er halt genügend Nährstoffe kriegt, einmal natürlich die von den Kalorien her, dass er genug isst, aber auch genügend Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien und so weiter, möglichst frische Gemüse und so weiter isst. Da würde ich halt drauf gucken, also ich gucke mir halt im Coaching erstmal diese Bereiche an, also sprich, mein Kunde darf dann auch ein bisschen seine Ernährung tracken, so, und dann gehen wir das gemeinsam durch, dann gucke ich, okay, wo sind vielleicht hier Punkte, wo es einfach Lücken gibt. Das ist sogar relativ häufig der Fall, dass es bei der Ernährung halt noch Möglichkeiten gibt, da was zu verbessern, und auch da ist dann immer die Lösung, also ich glaube, es gibt ja, in meiner Welt gibt es halt nicht nur den einen Weg, sich gesund zu ernähren, sondern es gibt ganz viele Wege, so, deswegen, ich bin ein Freund, da halt nicht so einen dogmatischen Ansatz zu wählen, sondern einfach zu gucken, okay, was isst du denn gerne? Meistens gibt es dann genug Spielraum, um im Rahmen dieses, was isst du denn gerne, was zu finden, was auch bessere Fortschritte bringt. So, und dann halt beim Training gibt es ja auch die Möglichkeit, trainierst du zu viel oder trainierst du zu wenig. Gerade Menschen, die jetzt extrem motiviert sind, laufen vielleicht häufig eher in die Falle, dass sie zu viel trainieren, also dann ist der Körper halt auch überfordert, dann fehlt die Energie, um auch noch wirklich besser zu werden, um zum Beispiel beim Krafttraining Muskeln aufzubauen oder, ja, beim Ausdauersport kann man auch eher ins Übertraining kommen oder auch eben der Punkt Regeneration, also Schlaf ist halt total wichtig, wenn jemand total gestresst ist, kennt vielleicht jeder auch, ich hatte das damals auch in meinem alten Job manchmal, wenn ich irgendwie in einem stressigen Projekt war und wenig geschlafen habe, dann habe ich das auch im Training gemerkt. So, und es sind halt viele Faktoren, die eine Rolle spielen können und der letzte Punkt, die nochmal zu Ende zu führen, also A steht für ausgewogene Ernährung, R für richtiges Krafttraining und K für Kardiotraining, also das sind halt die beiden Trainingselemente. Genau, und da würde ich halt Schritt für Schritt mir das angucken und gucken, okay, wo gibt es halt noch Verbesserungsmöglichkeiten, also ich stelle tatsächlich fest, dass bei vielen, die auch berufstätig sind, gerade so dieses Thema Regeneration, Entspannung, Stress auch eine große Rolle spielt. Und das kann auch gerade jetzt, wer zu viel Stress hat und zu wenig schläft, kann auch sein, dass die Ernährung stimmt, super, Training, alles wirklich generalstabsmäßig durchgeführt, ist motiviert, aber dieser Mensch stresst sich so sehr, dass der Körper halt einfach Muskeln abbaut, eher als durch die Stresshormone, als halt Fett. Kann auch passieren. Also es wäre jetzt nur ein von vielen Beispielen. Ja, vielen Dank, aber es zeigt auch wieder, dass es A nicht den einen Weg gibt für jeden und B, dass es so viele Bereiche gibt, an die man denken muss, die einfach zusammenspielen müssen und zusammenpassen müssen. Also meistens sind es viele Bereiche, dass man einfach vorankommt und weiterkommt. Und es zeigt, dass du Ahnung von den Dingen hast, die du tust. Ja, das sowieso. Marc, ich finde, das ist ein guter Abschluss jetzt gewesen. Und wo kann man dich finden, wenn jetzt der oder die Zuhörerin Lust hat, mehr zu erfahren über Marathon Fitness? Ich glaube, du hast auch eine Community, die Dranbleiber. Magst du da vielleicht noch ein, zwei Worte zu sagen? Was kann man bei dir entdecken? Ja, gerne. Also das ist ganz leicht. Schau mal vorbei auf meinem Blog www.marathonfitness.de. Dort findest du auch Möglichkeiten. Also die Dranbleiber sind halt die Menschen, die ihren Körper verändern wollen, die bereit sind, was zu tun, um das Ziel zu erreichen, dass sie begeistert, was ihren Körper angeht. Und du kannst dich bei mir in den Newsletter eintragen. Das geht auch direkt über die Seite marathonfitness.de. Und ich habe dort für alle, die sich eintragen, auch einen kostenlosen E-Mail-Kurs, wo ich dir nochmal zeige, wie setzt du dir eigentlich ein Ziel, das dich wirklich begeistert. Und wie prüfst du das für dich ab und wie motivierst du dich? Das ist aus meiner Sicht auch so das Fundament, was mir in vielen auch Trainings- oder Ernährungsbüchern ein bisschen zu kurz kommt. Deswegen, damit geht's los. Und falls du auch gerne unterwegs Podcasts hörst, ich selbst bin ein großer Podcast-Fan, auch selbst. Also ich höre gerne Podcasts und produziere eben auch einen. Das ist der Fitness mit Marc Podcast. Den findest du auch auf der Seite auf marathonfitness.de. Ist oben direkt in der Menüleiste oder du guckst unter iTunes. Genau, da siehst du auch direkt, wo du mich findest, auf Twitter, über Facebook und welche Möglichkeiten es da alle gibt. Und ich würde mich freuen, dich dort zu treffen und wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Veränderung im Bewegungsprogramm. Für mich war es schön, hier auch zu Gast zu sein. Vielen Dank. Ja, perfekt Marc. Vielen Dank auch für dich. Die Links setzen wir auch natürlich nochmal auf die Seite drauf zu deinen Angeboten. Und wir können es wirklich nur sehr empfehlen. Ja, unbedingt. Wir finden dich auch ganz klasse und sind begeisterte Leser. Und wir freuen uns, wenn du uns bei unserem nächsten Besuch in Hamburg einen Siebträger-Espresso zu bereiten würdest. Wir laden uns jetzt einfach mal ein. Sehr gerne. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich freue mich drauf. Alles gut. Perfekt. Marc, danke, dass du dabei warst. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tja, da hast du es. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann solltest du dir die Seite von Daniel und Katrin auch mal anschauen. Das ist die Adresse www.bewegt.de, bewegt mit V. Denn die beiden sind Veganer und sie sind leidenschaftliche Läufer. da hast du hoffe, es hat euch gekAUgt. Bis zum nächsten Mal. ... ... ...